Hallo und herzlich willkommen zum Landwehrkanalprojekt zusammen mit dem lieben Nico und der Sauersocke. Moin. Hallo. Ich glaube, dich nenne ich meistens eigentlich eher beim Namen Freddy, ne? Sauersocke habe ich glaube selten gesagt. Fällt mir gerade so aus. Du bist mir eigentlich gar nicht bewusst, dass du auch mal irgendwann gesagt hast. Ich bin übrigens voll, ne? Jaja, ich rase gerade mit knapp 50 kmh im Hülliman den Berg runter. So, wow. Da haben die kleinen Drehschäme ein bisschen geschoben. Ja, das können die ganz gut. Ja, gerade wenn man 150 bergab fährt, ne? Wir haben jetzt aber bald die 300.000er Marke beim Weizen durchbrochen. 4 fehlt da nicht mehr. Ich denke, wir werden so auf 330 oder sowas kommen. Und dann haben wir also echt, also wenn wir überlegen, 1,4 ist der Normalpreis der beste. Bist du nachher bei 3? Das ist eine halbe Million, die wir verdienen bei Normalpreis. Das klingt gut. Bei Angebot ist es fast eine Million. Klingt doch gut, oder nicht? Kann man machen, ne? Was sollen wir denn als nächstes in der Fruchtfolge machen? Oder warte mal, ich muss mal gucken, haben wir schon irgendwo angesät? Nein. Ist auch nur noch das Feld. Gut, dann wird erstmal wieder groß angemetert. Oder wir sagen, wir verkaufen einfach mal zu Normalpreis. Das war jetzt... Nein. Das ist immerhin eine halbe Million. Dann verkaufen wir aber alles. Aber das kriegen wir mit den beiden Anhängern nicht in einer Stunde hin. Ähm... Du brauchst bald 5 Minuten für eine Fahrt. Da kriegst du vielleicht 100.000 in einer Stunde verkauft, wenn's gut läuft. Nö, brauchst du nicht. Wovon haben wir denn wenig im Lager? Nein, wo muss man hin? Äh... Bö, bö, bö. Ich gucke mal. Äh... Sit... Ne. Äh, Forstner. Macht gar... Stellt gar kein Problem da. Wo ist das denn? Rechts unten in der Karte, das steht kein Problem da. Dann nehmen wir nämlich außen, ähm, Dings, Silos beim, ähm... Unter dem Hof nehmen wir da das raus und fahren dann jeder mit einem Anhänger, äh, zum Forstner. Ja. Ja. Aber... Beziehungsweise... Ich glaube, wir warten doch nochmal einmal Spulen ab. Und dann schauen wir, wenn dann kein Angebot kommt. Äh, wenn wir... ... das vom, äh, Fachwerkhof nehmen würden. Ja, Fachwerkhof müsste näher sein, sowas. Ja, und dann schaffen wir das. Dann fährst du keine fünf Minuten. Aber ich glaube, eine halbe 300 und schaffst du trotzdem mit den 11 Kubik, die du mitnimmst. Oder eigentlich da nur für 5,5, wenn jeder... Ja, also ist auf jeden Fall... Über 300.000 schaffst du nicht. Können wir mal ausprobieren. Ich schätze mal 150.000, 200.000 solltest du schaffen, aber viel mehr nicht. Weil das sind einfach Schubkarren. Da geht gar nichts rein. Das stimmt. So. Äh, was wollte ich dir jetzt machen? Hier muss noch gekalkt werden. Ja, die Leute haben sich bei mir ein bisschen über die Kalktextur beschwert. Die ist auch ekelhaft. Wird die, wird die Scheiße gerendert oder was? Äh, bist du hier... Ja, vor allen Dingen... Äh, die Parts sind dann auf einmal zig Gigabyte groß, sind mega matschig. Wegen der scheiß Kalktextur. Wollte grad sagen, das wird von YouTube wahrscheinlich richtig scheiße verarbeitet, ne? Ja, von YouTube... Also, bei mir geht's eigentlich noch, die Qualität, nachdem ich die inkodiert hab. Aber was YouTube dann daraus macht, ist nur noch Matsche. Äh... Ich hol mal einen Schluck Wasser. Weil ich werd jetzt eh immer mal wieder zwischendurch Freddy abfahren müssen. Da lohnt es sich, keine große Arbeit nebenbei anzufangen. Zumal wir dafür auch keinen richtigen Schlepper frei haben. Theoretisch könntest du wechseln, dass du Stroh fährst. Ich glaub, da hast du aber schon ewig Stroh gefahren, ne? Ja, ich hab letztens viel Stroh gefahren. Ja, gut, dann lass es. Im Endeffekt ist es eh geil. So. Mir soll's wurscht sein. Ich fahr jetzt mal wieder eine kleine Runde mit dem D80. Manchmal macht das auch Spaß. Gerade wenn man den... Eine Zeit lang... Also damals... Als, äh... Ich sag mal... Ja gut, ist jetzt auch schon zwei, drei Monate her, ne? Als der D80 noch der große war, mehr oder weniger. Da war es nicht so geil, D80 zu fahren. Aber mittlerweile... ... ist es halt mal so eine kleine Abwechslung. Kult. Ja, ist halt Kult, ne? Nicht Kult, sondern Kult. Hat er gesagt. Ja. Er hat das U nur etwas länger gezogen. Ja, hat er gesagt. Kult. Im Sinne von Kultur. Richtig. Meinte ich. Oder meintest du, hab ich... Denk ich so richtig verstanden. Äh. Ja. Ich würde sagen, wir laden noch ein bisschen Weizen. In den Ladewagen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Nee. Das wäre aber geil. Ja, obwohl... Warte mal. Hast du Multifruit auf der Map drauf? Ja, ne? Ja. Meinst du, könnte gehen? Wenn das geht. Ich probiere es jetzt aus. Das wäre episch, weil da drin... Bei dir gehen 15 oder 20 rein, ne? 23. Aber dann nur mal... Und ganz ehrlich, dadurch, dass der eh nicht bis zu den... Der belädt ja nur den unteren Teil quasi wegen der Plane. Die nicht so geil ist. Nein. Das ist ja quasi realistisch. Ja, aber nein, tut er nicht. Och, schade. Hätte ich jetzt irgendwie gefeiert. Ich muss auch noch die Parts fertig machen mit Froktor. Die habe ich auch noch nicht. Aber nein, das wäre nicht realistisch. Der ganze Wagen hat ungefähr 20... Nicht mal 20 Kubik. Ja, ja, klar. Aber ich sag mal, an sich könntest du ja in einem Ladewagen... Ja gut, wenn du das vorne dicht machst beim Pick-up auch. Vorne und hinten hast du auch Probleme. Nein, nein, das geht wirklich nicht. Der ist wirklich für Stroh und... Meinst du, da fällt dir alles raus an den Rützen? Ja, das rieselt dir so raus. Hast ja auch einen Kratzboden und alles. Dahinter lässt du eine Spur aus Brotkrumen. Wortwörtlich. Freddy, sag Bescheid, wenn ich fahren muss, ne? 80 Prozent, also kannst du dich eigentlich auf den Weg machen. Du musst schon bei um 70 Prozent rum Bescheid sagen. Boah, hier kommt noch richtig was an Stroh runter. Gerade auf Feld 1 ist ja eigentlich nochmal richtig Meter. Ja, und Feld 2 ist schon ewig viel. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich hab's dir in der letzten Folge erzählt für euch. Ihr wusstet das ja, glaub ich, auch schon bei, dass ich doch dieses Jahr wieder bei Rock am Ring bin, ne? Ja. Und jetzt hab ich halt meinen Schichtplan bekommen. Ich werde Dienstagabend... Also Dienstag bekomm ich meine Abinoten, wie's ausgefallen ist. Und dann kann ich quasi von der Schule aus dann in die Eifel fahren. Weil Mittwoch morgens muss ich halt Park einweisen. Freu ich mich aber eigentlich schon drauf. Müssen wir halt nur schauen, dass wir ein bisschen was schon produziert bekommen. Beziehungsweise ich hätte ja auch noch ein paar Videos da mit Fruktor. Da werden ein paar Folgen auf der Stappenbach gespielt. Habe ich auch schon angesprochen, aber die Sachen sind halt noch nicht fertig. Muss ich mich drum kümmern. Und ich weiß auch nicht genau, in welchen Zusammenhang ich die so bringe. Also ich werde die wahrscheinlich erstmal einfach so bringen. Und dann schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwann auch mal, wenn wir da Bock drauf haben, was anderes auf der Map machen. Vielleicht die Maps so ein bisschen für kleinere Events nutzen. Dass man halt alle paar Monate mal, wenn sich das so findet, dass man mit größeren Gruppen spielt, weißt du? So wie beim letzten Mal halt auch. Ja, dann sollte sich das aber auch finden. Obwohl da es noch keine Gruppe war. Ja, das war eigentlich von der Größe her ja auch ganz nett. Ja, aber es war eher ein Gruppchen. Das war ja noch nicht wirklich... Ja, aber ich finde das war optimal. Noch mehr, wir geben nur Chaos. Ja, wohl ein mehr wäre ganz gewesen. Na gut, ein mehr, aber der reißt dann im Endeffekt ja auch nicht mehr die Welt. Nein, nein, aber wie gesagt, einer hat noch gefehlt. Das wäre ganz gut gewesen. Das wäre dann so ein Spielstand, wo man vielleicht auch mal mit vielen häxeln könnte und sowas, ne? Also Mais wirklich. Oder mal groß... Ja, Holmer ist aktuell, weiß nicht. Bin ich gerade nicht so ganz so scharf drauf irgendwie. Hätte ich zwar doch auch schon Bock drauf. Das sind geile Geräte. Aber irgendwie, ich sag mal, die Stunden, die wir auf dem Mic gespielt haben, war schon so ein bisschen... Upturn. Ja, war geil. Aber im Nachhinein, es war halt dann... Es ist dann halt so ein bisschen gesättigt. Man hat sich da so ein bisschen dran fertig gespielt. Man könnte mit einem Trecker und der It-Runner-Mulde plus dann einem kleineren oder einem anderen Trecker mit Frontlader könnte man den Mist aufladen. Und mit einem anderen Trecker und dem Terra-Variant könnte man es auf dem Feld ausbringen, beziehungsweise auf dem Feld aufladen. Mit Tip Anywhere, das wäre möglich. Ja. Dann hat man vier Leute beschäftigt. Aber wenn ich mir überlege, wir gehen jetzt echt stramm auf die 100 Folgen zu, ne? Ja, müssen wir ein bisschen ranhalten mit dem, was wir hier machen. Haben wir schon länger nicht mehr. Warte mal. Wie viel war noch mal so auf Snowfka? Waren das 100 oder war es etwas weniger? War weniger, ne? Das waren weniger. Dann ist das hier, also bei 101er-Folge ist es quasi das längste Projekt, was ich im 15er habe. Weil Simrad und so weiter, die waren ja alle immer 100 Folgen. Früher. Abfahren. Abfahren. Ja, ist egal, mach selber. Okay, gut. Bin dabei. Dann doch nicht. Muss mir nur rechtzeitig Bescheid sagen. Hat er. Ja? Nicht. Ja, er hat was gesagt, aber ich glaube, da war dann schon zu spät, oder? Ja, da war ich bei 85 Prozent. Ja, gut, das hat bei der kleinen Mühle keinen Sinn. Das ist ungewohnt. Wow! Boah, ich freue mich auf vernünftige Anhänger. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Na schon. Aber ich muss sagen, ich habe, glaube ich, so ein bisschen dazugelernt aus einigen Sachen. Auch beim 15er, da werden wir ja, ist ja mehr oder weniger, steht ja schon so in den Sternen, dass wir da auch wieder irgendwas machen, nach Möglichkeit auch was Längeres. 15er? Äh, 17er, sorry. Ich bin, weißt du, jetzt ist der 15er schon quasi wieder alt. Nein. Ja, ist halt noch das aktuelle Spiel, aber es ist halt nicht mehr so, dass man vom 17er als das neue Spiel redet, sondern es ist schon fast wieder so, dass die Sicht als neues Spiel doch schon auf den 17er geht, ne? Ja. In den nächsten Wochen können wir uns da auch sicher auf ein paar E3-Videos oder sonst irgendwas freuen. Bestimmt. Bin ich sehr gespannt, was die denn da so als Trailer reinpacken. Also was ich bis jetzt rausgehört habe von Giants, wird es doch so ein paar Sachen, äh, ein paar Sachen werden ein bisschen, gehen wohl ein bisschen tiefer. Bin ich sehr gespannt, wie das genau aussieht. Ja, äh, gespannt kannst du sein. Ich schätze mal, aber es wird kein großes, äh, wir werden Infos bekommen. Das wird eher wieder sowas wie der Teaser vom... Ja, ja, klar. Zu E3 kommt eh nur ne Kleinigkeit. Die große, der große Batzen an Infos kommt dann, äh, zu Gamescom, beziehungsweise die spielbare Version. Beziehungsweise es wird vermutlich, äh, auf der Farmcon meines Wissens nach ne spielbare Version geben. Äh. Ja, wobei es nicht so ganz klar ist, ob die jeder spielen darf, soweit ich es verstanden habe. Nein, 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 aber es gibt eine spielbare Version. Also, es ist ja immer noch ein Unterschied, es darf gespielt werden und es gibt... Also, gefilmt werden darf auf jeden Fall nicht, das kann ich schon mal sagen. Also, ihr könnt euch nicht auf LS17-Videos von der Farmcon freuen. Das war doch aber auch schon so gut wie klar, ne? Ja, hab ich mir eh gedacht. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, der ein oder andere, der sich vielleicht, äh, wie blöd, aber, äh, man möchte ja auch irgendwo die Spannung aufrechterhalten, ne? Wollte ich gerade sagen, und es wäre auch schön, wenn wir wirklich dann die Fresse halten, oder ich werde es machen, ähm, zumindest großöffentlich, ähm, was da auf der Farmcon passiert ist, weil ich finde, da sollte man dann schon hinfahren, wenn man die Informationen haben haben will. Ja, mal gucken. Also, ich bin mal gespannt, wie es so wird. Ja, nein, nein, ich meine nur... Ist dieses Wochenende in zwei Monaten, ne? Ich weiß. Nicht, dass wir dann sagen, äh, dass wir dann in irgendeinem Video die komplette Farm kommen, ähm, äh, im Detail resümieren, das wäre ein bisschen dumm. Ja, mal schauen. Dass man das dann eher so verallgemeinert hat, oder nur... Farbenkoll ist halt generell einfach eine Sache, die, ja, ich sag mal, für den normalen LLS-Spieler der Gelegenheitsspieler ist, oder so, wahrscheinlich eh nicht interessant ist. Na, das glaube ich gar nicht. Nur weil du jetzt, äh, äh, ja, was weiß ich, 50 Stunden ARC gespielt hast, gehst du auch nicht auf eine Messe, die sich nur speziell an ARC und Mod-Programmierung für ARC und so weiter, weißt du, das ist halt... Da gehen die, glaube ich, die, die Urfans der Serie hin und ganz viele Modder. Hier mehr wird da nicht sein. Also normale Spieler, die wirklich mit nichts anderem am Hut haben, glaube ich, werden da so gut wie gar nicht sein. Ja gut, das stimmt schon, die werden da nicht, nicht vertreten sein. Also ich würde selber nicht, also... Obwohl, ja, nä, nä. Doch, ich würde hinfahren. Also nein... Die 500 Kilometer wären mir das nicht wert, wenn ich... Aber wäre es eine normale Veranstaltung, irgendwie Hannover Messe oder so, ich würde hinfahren. Ja gut, ist halt immer die Frage, was siehst du als normale Hannover wären wir auch zu weit, sind bei mir auch 300 Kilometer oder so. Ja, bei mir ist es nur eine Dreiviertelstunde, dann bin ich auch. Ja, stimmt, der Umkreis von einer Stunde könnte man vielleicht dann auch, äh, so mal darüber nachdenken, aber es ist halt... Es ist halt einfach schon ein bisschen heftiger Aufwand. Ja, klar. Gerade wenn man... Ja, je nachdem, was man da halt für einen Nutzen rausziehen möchte. Boah, ich komme mit dem Deutz D-80 nicht im Werk hoch. Das ist ungünstig. Äh. Ich überlege gerade, soll ich den IAC nehmen oder... Denke ich mir irgendwas auf, wie ich mit dem D-90... Äh, mit dem D-80 kein Werk fahren muss. Wir haben doch den IAC. Ja, dann muss ich da extra noch hin und zurück. Und hast du nicht gesehen? Ich hole Wasser. Und das 10 Kubik Fass ist doch ganz schön schwer. Naja, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann werdet ihr sehen, wie ich dieses Problem jetzt lösen werde. Ja, Cliffhanger sogar, ne? Ja, krass. Junge, Junge, Junge. Krass, krass, krass. Ja, echt krasser Cliffhanger, meine Herren. Och, nö. Jetzt geht gar nichts mehr, naja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.